Die Vaya Snacks sind gut, aber was spiess ich da drin? Ich nicht frittierte Snacks aus Erbsen und Bohnen. Aber was ist die Experience? First Mover, alright. Oder Late Adopter, wow! Ja. Dann machen wir eine Multi-Channel-Kampagne mit Lower Fat Focus. Boom! Yes! Was ist mit Melissa los? Ich mache gleich eine Weiterbildung. Eigentlich ganz einfach. Vaya Snacks aus Erbsen und Bohnen.